Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von bestens.de. Heute geht es um einen Staubsauger von Samsung. Ich möchte alle wichtigen Eigenschaften des Produkts aufzeigen und dir eventuell bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Der Samsung Aspiratione VS20T7531T1ET ist ein hochmodernes und vielseitiges Staubsaugersystem, welches für die Reinigung von großen Oberflächen wie Fliesen, Teppichen und Holzböden entwickelt wurde. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über eine Reihe von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Hausbesitzer machen. Das System verfügt über einen leistungsstarken, kabellosen Akku, der für bis zu 30 Minuten Betrieb ausreicht. Dies ermöglicht es, große Flächen ohne Unterbrechung zu reinigen. Der Akku ist einfach aufzuladen und verfügt über eine LED-Anzeige, die den Ladestatus anzeigt. Das Gerät ist leicht und kompakt und verfügt über ein ergonomisches Design, das eine angenehme Handhabung ermöglicht. Es ist auch mit einer selbstreinigenden Funktion ausgestattet, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Schmutz im System bleiben. Der Samsung Aspiratione verfügt über eine fortschrittliche Technologie, die eine hohe Saugkraft und eine gleichmäßige Reinigung garantiert. Es ist mit einem motorisierten Reinigungsknopf ausgestattet, der für eine effiziente Reinigung sorgt. Das System verfügt auch über eine langlebige Konstruktion, die aus robusten Materialien hergestellt wurde. Es ist mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die verhindern, dass es beim Gebrauch beschädigt wird. Dazu gehören eine Überschützungsschutzfunktion und eine Abschaltautomatik, die das System bei Bedarf automatisch ausschaltet. Lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo für weitere Videos da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Der Samsung Aspiratione ist auch sehr einfach zu reinigen und zu warten. Es verfügt über eine abnehmbare Reinigungseinheit, die einfach zu entfernen und zu reinigen ist. Es ist außerdem mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet, die für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche geeignet sind. Das System funktioniert sehr energiesparend und umweltfreundlich, da es keine chemischen Reinigungsmittel erfordert. Stattdessen kann es mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel verwendet werden, um eine gründliche Reinigung ohne Rückstände zu erzeugen. Das Modell ist einfach zu transportieren und kann für Reinigungsarbeiten in verschiedenen Bereichen genutzt werden, einschließlich Badezimmer, Küche, Wohnzimmer und mehr. Es ist auch mit einer praktischen Aufbewahrungstasche ausgestattet, die es einfach macht, es zu transportieren und aufzubewahren, auch wenn es gerade nicht in Gebrauch ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Samsung Aspiratione ein hochmodernes und vielseitiges Staubsaugersystem ist, das eine effiziente und gründliche Reinigung von großen Oberflächen garantiert. Es ist einfach zu nutzen, energiesparend und umweltfreundlich und bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Nutzen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für jeden Hausbesitzer, der eine effiziente Reinigungslösung sucht. Haben wir dein Interesse an solch einem Produkt geweckt? Dann schau einfach in die Videobeschreibung. Dort ist das hier vorgestellte Modell mit dem besten Preis verlinkt. Falls Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Carsten von Bestens.